Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle League of Legends. Es spielen Yuvi gegen Balazs, die Picks sind absolut random, wir lassen das Spiel für uns entscheiden. Wir spielen genau eine Runde auf Leben und Tod. Jeden Sonntag eine neue Folge aus zwei Perspektiven. Lasst die Spiele beginnen. Tag meine Lieben und willkommen zurück zum League of Legends Battle. Irgendwie mag mein Ding nicht aufnehmen. Sein Ding mag nicht aufnehmen. Soll ich dazu was sagen? Nein, ich lasse es lieber. Ist sich da irgendwas umgestellt? Nimm dein Ding auf? Mein Ding nimmt schon auf. Den nimmt nicht auf. Irgendwie will er nicht aufnehmen. Auch ingame nicht? Ah, okay, jetzt. Ich weiß, ich habe einen Fehler gefunden. Passt, alles gut. Der Balazs kommt später nach. Moin! Balazs kommt immer zu spät. Voll normal. Ja, das muss so sein. Das muss so... Voll normal, Alter. Voll normal. Ey, Jodiger, voll normal. Ey, wabbel, wabbel, ey, schwabbel, schwabbel. Boah, geil. Das macht mich ein bisschen an. Sollte man kennen, ne? Ja, ja. Klassiker, Klassiker. Wie skill ich ihn denn am besten? Mach mal so. Also, wir haben mal wieder totales Glück mit den Helden übrigens. Wie immer. Wie immer. Also, das ist immer episch bei uns. Naja, ich würde sagen, Juri hat durch seinen Slow und ähnliches hat er ziemliche Vorteile wie ich mich. Das mag sein, aber trotz alledem ist es eben so, dass ich Nasus nicht kann und ich mag. Ja, ich spiel Korki zum zweiten, dritten Mal. Hm. Und das letzte Mal war vor einem Jahr. Hm. 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 Glaub ich. Hm. Hm. Also, so oft habe ich Nasus aber auch noch nicht gespielt. Muss man mal dazu sagen. Irgendwie zweimal, dreimal. Also, ich muss sagen, ich finde Nasus relativ stark. Wir verkrüppeln sie. Bam. Siehste, genau das meinte ich. Oh. Korki hat schon immer True Damage mitgemacht mit seinen Schüssen? Ich habe keine Ahnung von Korki. Okay. Ich kann es dir nicht sagen, weiß ich nicht. Also, ich würde ja lieber mit dir tauschen, gerade. Warum? Weil ich keine Tanks mag. Ich auch nicht, übrigens. Also, wenn andere Leute die Tanks sind. Koppel, 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 koppel. Das ist schlimm. Ja, dieser Slow von Nasus ist aber auch so awesome pervers. Vor allem, weil er halt immer langsamer wird. Ja. Langsamer wird er durch. So, Last-Hitten kann ich mit Nasus. Ich bin Nasus-Profi. Naja. Was ist mit Nasus jetzt auch nicht so schwer, weil du Last-Hitten ist mit deiner Fähigkeit. Oh, naja. Ich sage, ich kann Last-Hitten und schon verkacke ich das. Sehr gut. So mag ich das. So. So. Oh. Yes, we can. Was denn? Was kennen Sie? Du musst auch ganz schön konzentriert spielen, gerade, oder? Ja, ich versuche hier ein bisschen, mich da dran zu gewöhnen, an den Kerl hier. So. Da, für Gräse, gehe ich. Koppeln! Oh, ich habe meine Ulti nicht geskillt. Ich seppel. Sehr gut. Das ist gut. Habe ich irgendwie übersehen, dass ich schon sechs bin. Was? Du bist schon sechs Jahre alt. Ja. Nein. Wie jeder weiß, das entspricht doch voll meinem Intellekt. Komm. Du bist schon sechs Jahre alt. Nein. Wo stehst du denn bitte hin? Hallo, das war Hascha von dir vorbei. Oh mein Gott, bist du schlecht. Aus dem war da so ein kackt Minion. Der, der mir ein bisschen blockiert hat, sonst hätte ich anders gesillt. Na. So. Jetzt habe ich eine Ulti. Ich bin stolz auf dich. Kuppel, 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 Kuppel. Das ist ja, ey. Das ist ja unglaublich, was du da für gegen hier hast mit dem Scheiß. Der Scheiß-Ulti. Ja. Ja. Mach mal das und vielleicht... Das bringt es eigentlich nicht so richtig. Ist gut, wenn es das nicht bringt. Aber das bringt es. Das ist nicht gut. Nehmen wir mal das. Verwannst. Your death awaits. Pam. Kuppel, 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 Kuppel. If it is your wish. Das geht wahrscheinlich genau falsch mit dem, aber ist mir egal. Keine Ahnung. Machst du das schon? Ja, ja. Ich schau hier, was da geht. Your death awaits. Okay, ich kann es einigermaßen auscountern. Ja, einigermaßen, das stimmt. Ein Slow. Also ein bisschen geht er schon, aber wenn er höher geskillt ist, kriege ich Probleme. Ja. So, jetzt bin ich auch mal an seinem Tower. Push den weg, Minions. If it is your wish. Do not try, Minions. Sehr gut. So mag ich das. War die bei dir auch gerade weg? Ja, deswegen habe ich huch gesagt. Minions hat mich von unten auf dem Flug. Da haben wir gerade gesagt so, hä, wo ist die jetzt hin? Und dann haben wir es auch eingeschlagen. Ich war auch ein bisschen irritiert. Sie hat doch nicht am Minion gelandet. So, dann kaufen wir mal ein. Jetzt haben wir den Krüppel verkrüppelt. Das war gemein. Jetzt hast du meine Gefühle verletzt. Ich hasse dich. If it is your wish. Allemal eine Dose Mitleid für Ballas. Nicht. So. Pannen. Nein, das mag ich nicht. Ich habe gerade eine Idee gehabt, aber nein, das mag ich nicht. Was denn? Das ist scheiße, das bringt mir auch nichts. Wolltest du den auf AP spielen? Nein. Sondern? Alter, Einschlag auf den Tower, hast du gesehen? Ja. Da, für die Glückwunsch, ich gehe. Aber ich glaube, diesmal habe ich eine Chance gegen dich. Uncool, ja. Wie, ist es uncool, dass ich die Chance gegen dich habe? Nein, dass ich so laut bin. Das ist schon ziemlich cool eigentlich. So. Jetzt bist du übrigens nicht mehr so laut, ne? Ne. Da hast du recht. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Ja, das finde ich super von dir. Da freue ich mich ganz stark nicht drüber. Warum nicht? Das habe ich nicht gesagt, Entschuldigung. Hör auf, hör auf, die Rüstung zu bauen. Nein, natürlich nicht. Ich freue mich. Hör auf, die Rüstung zu bauen. Nein. Darüber freue ich mich. Ich nicht. Oh lol. Hast du den immer schnell weggepusht? Ja klar, ich habe ja Angst. Du hast Rüstung. Achso. Pam. Ich hoffe, dass es nichts gibt. Nein, die scheiß Minions, ey. Ach, ich mag Tanks nicht. Ich schon. Ich hasse sowas. Wann, wenn du, wie sie spielst? Oh, das ist furchtbar. Also, ich kann ja viel spielen und ich spiel auch viel gern, aber sowas hasse ich. Ich bin einfach kein Top-Liner. Oh. Hey. Hey. Ich wusste was weg. Aber wie gesagt, ich glaube, sie haben Corki wirklich überarbeitet. Ein bisschen. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Nein, fuck. Verzogen. Da war nichts mit Locker aus der Hüfte schießen. Komm schon, Minions. Da ist ein super Minion bei. Haut ihn weg. Ja, das ist ein harsches Pistole. Alter, diese OP-Super-Minions. Hahaha. Ja. Du kannst die eigentlich relativ gut wegklatschen. Was hast du denn? Aufladung 156. Ja, das ist auch schon mal noch eine ganze Ecke mehr Schaden, die jetzt kommt. So. Bitte schneiden Sie sich an und lenden Sie sich zurück. Genießen Sie den Flug. Denn jetzt kommt Ihr Captain. Ja, und derzeit habe ich zwei Super Minions weggepusht. Und bin keinen Meter vorangekommen. Du kannst nicht versuchen, mein Patience. Alter. Nee. Scheiße, Typen. Da habe ich aber genau im richtigen Augenblick auch mein Schild gezündet, weil der war instant weg. Ah. So, da habe ich mal wieder gewonnen. Yay. Ah, lang ist her. Aha. Weil Jubil immer cheatet. Ja, nee, weil ich endlich mal, oder weil ich mindestens einigermaßen Charaktere bekomme, die ich kann. Nicht so eine Scheiße hier. Ich kann Korki nicht. Fick Nasus. Aber Korki macht absoluten Damage mit jedem Schuss. Das ist geil. Es ist mir aber auch neu. Also ich weiß es nicht, weil es wirklich schon echt lange her ist, dass ich hier mal gespielt habe. Aber absoluten Schaden. Ich kann mich nicht daran erinnern. Okay. Naja, aber das war das. Ich fühle mich kacke. Ich gehe jetzt irgendwo aus dem Fenster springen. Oh ja. Bitte. Käpt'n Korki kommt vorbei und rette dich. Aber du hast verdient gewonnen, also Hut ab. Yay, Jubil hat mich gelobt. Okay, also Leute, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Genau, bis dahin dann. Tschüss. 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 Ballerat. 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 Ballerat.